Die nächsten fünf Tage erwarten uns hier auf jeden Fall Sommer, Sonne, Strand und hoffentlich natürlich auch möglichst viel Windsurf-Action. Die Vorhersage sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Wir können heute Nachmittag mit Racing rechnen, vielleicht sogar mit ein bisschen Glück schon Slalom. Und auch die nächsten Tage wird es bestimmt Action auf dem Wasser geben. Also insofern ein ganz tolles Programm für alle. Der Volvo-Sticker muss auf jeden Fall rauf, sonst gibt es Ärger. Das ist die sogenannte Angriff-Frisur und damit werde ich angreifen. Auf jeden Fall will ich Deutscher Meister, wende ich für die Rangliste momentan an. Und starke Konkurrenz, aber ich denke, ich habe es ganz gute Chance. Voller Angriff, Attacke, leicht Wind geht ab. Ich glaube, das wird gleich aussehen wie ein Bienenstich im Westen-West. Auf jeden Fall ist es Breathe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017